So füttert uns und gebt uns eure Reste, solang wir abgefüttert sind, echt keine Proteste. Und wen gehört die Parkbank? Und wen gehört die Bank? Und wen gehört der Park, in dem ich einzig ein Zuhause fand? Und wen gehört die Straße? Und wen gehört der Platz? Und wen gehört das Land, in dem ich einzig ein Zuhause fand? Und füttert uns, so füttert uns und gebt uns ein Versprächchen. Solang wir abgefüttert sind, werden wir es brechen. Füttert uns, so füttert uns mit euren Angeboten. Solang wir abgefüttert sind, gebt es keine Toten.